Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgefahren nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es in Linux begreifen Teil 2b nochmal um Paketverwaltung und um die Paketverwaltung unter Debian, Ubuntu und Linux mit den Bordmitteln. Ein bisschen zu dieser Serie Linux begreifen, also worum es nicht geht. Es ist nicht dafür da, dass ihr jetzt euren Desktop besser einrichten könnt, dass das alles schicker aussieht, sondern ich werde sehr viel auf der Kommandozeile euch zeigen, wie man wirklich mit Kommandozeilenprogrammen umgeht, wie die Parameter sind, was da passiert und so weiter. Also nichts für Clicky-Bunty, darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, euch viele Dinge einfach mal näher zu bringen. Die Hintergründe und eine Menge Grundlagenwissen steckt da drin, natürlich mit Praxisbezug. und dass ihr eure Fähigkeiten auf der Kommandozeile ausbaut bzw. dort einsteigt, je nachdem. Und das Ganze funktioniert heute komplett ohne grafische Oberfläche. Ich werde zwar vieles unter Linux Mint zeigen, aber das Einzige, was ich öffne, ist die Konsole. Also von daher braucht man den Grafikmodus eigentlich auch nicht, aber lässt sich halt besser zeigen. Neben den Videos, die es in meinen Kanälen gibt, mache ich auch Schulungen und Workshops entweder online oder direkt vor Ort bei euch. Wenn ihr mich dafür bucht und da gibt es verschiedene Dinge, die wir da machen können, prinzipiell alles so aus dem Linux- und Open-Source-Bereich, kann ich mir angucken und dann mache ich für euch eine Schulung oder einen Workshop dafür. Wenn ihr das Ganze hinterher nochmal zum Angucken haben möchtet, mache ich daraus auch gerne ein Video. Fragt einfach mal an über mein Kontaktformular und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie was zusammen machen können. Im Laufe der Zeit ist eine Menge an Basisschulungsmaterial zusammengekommen. Das heißt bei mir Administration von Debian und Co. im Textmodus. Und das gibt es für euch kostenlos zum Runterladen. Der Link steht hier unten drin. Und wenn ihr euch die Folien anguckt, dann könnt ihr es natürlich direkt angucken und die Folien sind verlinkt unten in der Videobeschreibung. Der Paketmanager, den wir letztes Mal kennengelernt haben, nämlich APT, der installiert bzw. aktualisiert Pakete nach festen Regeln. Erstens, wenn ein Paket nicht bereits installiert ist, also wir installieren ein neues Paket, was noch nicht auf dem System drauf ist, dann sagt APT, okay, haben wir noch nicht, installieren wir halt. Wenn es das Paket schon auf dem System geben sollte, mit einer etwas niedrigeren Versionsnummer als in dem Repository, also in der Paketquelle verfügbar ist, dann wird APT das auch installieren. Oder im Falle von einer höheren Priorität wird APT das dann auch installieren. Also die Priorität muss halt höher sein, damit die die Versionsnummer quasi aussticht. Ja, und wenn nichts davon zutrifft, so wird die Paketverwaltung also überhaupt nichts machen, also das Paket nicht installieren. Dann sagt APT, haben wir schon, brauchen wir nichts machen, bzw. bei einer Aktualisierung, da wird halt nichts aktualisiert, weil es nichts zu aktualisieren gibt. Gucken wir uns mal an, wie das überhaupt mit diesen Prioritäten funktioniert. Hier wiederum die beiden Varianten mit, ja, entweder dem zweigeteilten hier, APT-Cage, bzw. bloß das APT. Und der Befehl dazu ist Policy und dann der Paketname. Und da können wir einfach mal gucken, wie das mit diesen Prioritäten ist und warum APT jetzt was installieren würde oder eben auch nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal für Taskcell, also das Paket, was wir letztes Mal, glaube ich, auch hatten im Video, uns das mal angucken wollen, dann könnte man das so machen und dann sieht es so aus. Wir haben eine installierte Version und wir haben einen Installationskandidaten. Und wie man sieht, haben beide dieselbe Versionsnummer und wir sehen hier unten auch noch die Sachen mit diesen Prioritäten. Also wir haben hier die 500, das ist diese Priorität dafür und die ist sowohl für das 64-Bit-Paket, was es von dem Taskrail gibt, als auch für die 32-Bit-Version gleich. Und wir haben hier nochmal eine Priorität von 100 auf was anderes. Also das ist irgendwie kein Paket, aber 100 wäre deutlich geringer. Also würde das jetzt eine Versionsnummer, die da drunter liegt, also keine Ahnung, 3.6 irgendwas nicht ausstechen. Aber wenn die jetzt so eine Priorität von 1000 hätte, könnte das schon deutlich mehr sein, dass es denn doch in Erwägung gezogen wird. Ja, so kann man halt gucken, welche Version überhaupt der Paketmanager kennt, mit welchen Prioritäten und wie er halt quasi zu dem Ergebnis kommt. Da installieren wir mal gar nichts weiter, denn es ist schon da in einer Versionsnummer mit einer Priorität, die hoch genug ist, sodass man da nichts machen muss. Die Priorität, die wir gerade gesehen haben, also diese 500, das ist so eine Standardpriorität. Das kann natürlich sein, dass in der Distribution was anders eingestellt ist, das was umkonfiguriert ist, aber üblicherweise ist es eben diese 500. Man kann diese Standardpriorität auch für einzelne Pakete oder auch für einzelne Paketquellen, für Zweige davon umkonfigurieren, indem man jetzt sagt, zum Beispiel hier in dem Beispiel, wenn wir jetzt für die Distribution Unstable bei Debian, die ja neuere Pakete enthält, die in der Priorität runtersetzen wollen, zum Beispiel auf die 100, damit die Pakete von dort nicht installiert werden, dann kann man das über so eine zusätzliche Regel unter etc.aptpreferences.d machen und dann kommt hier ein frei wählbarer Dateiname. Hier habe ich einfach mal gesagt, sit100 für sit is unstable und 100 ist die Priorität, die ich da setze, aber man kann das eben auch komplett anders benennen, das ist vollkommen egal. Diese Regel, die hier angelegt wird, gilt für die Pakete Sternchen, also letztendlich für alle und für die Release-Version Unstable. Also gehen wir hier an und die Priorität, die wir da versetzen wollen, das ist die 100, also setzen wir das Ganze soweit runter. In einem anderen Video, was hier verlinkt ist, also immer wenn es irgendwie blau ist, dann verbergen sich hinter den Folien, die ich hier zeige, Links. Und in der Videobeschreibung unten steht drin, wo ihr die Folien findet und von daher kommt er dann zu den Videos oder zu den anderen Sachen, die ich verlinke. Und ihr könnt natürlich auch die Dinge, die hier direkt drin sind, also hier so Quelltext, Teile rauskopieren, bei euch ausführen, modifizieren und so weiter, ohne das abtippen zu müssen. In dem Video mache ich mir diese Mechanik zunutze, indem ich Pakete, die eine höhere Versionsnummer haben, durch ältere Varianten ersetze, indem ich eben dieses runtersetze. Und dann werden die älteren Pakete mit einer niedrigeren Versionsnummer trotzdem installiert, weil ich denen eine höhere Priorität zuordne. Im Gegensatz zu den Paketen, die eigentlich deutlich neuer sind, weil ich auf einen älteren Zustand zurück möchte, weil da was nicht funktioniert. Also das kann man auch machen. Guckt gerne dieses Video an, wenn euch das interessiert, wie das ein bisschen genauer funktioniert. Bei Debian bzw. natürlich auch bei anderen LTS-Distributionen ist es so, dass Paketversionsnummern beibehalten werden soll. Also der Softwarestand in dem jeweiligen Paket soll gleich bleiben während einer Debian-Version oder während einer Ubuntu- oder Linux-Mint-Version. Da sollen zwar Bugfixes gemacht werden, Sicherheitslücken geschlossen werden, aber die Versionsnummer soll, wenn möglich, beibehalten werden. Gibt zwar auch Ausnahmen, sowas wie der Firefox zum Beispiel, der wird immer ein bisschen aktualisiert. Der bleibt zwar auch auf seinem stabilen Zweig, aber da wird dann schon mal die Versionsnummer hochgezählt, damit da wirklich die Sicherheitslücken rauskommen. Denn das Debian-Team, das portiert das nicht mehr zurück. Also das ist zu aufwendig, das zu machen. Aber im Allgemeinen ist es so, dass Versionsnummern wirklich beibehalten werden und Korrekturen aus höheren Versionsnummern zurückportiert werden in die Version, die sich bei Debian Stable drin befinden. Das hat zum einen natürlich den Vorteil, dass man das System, was man heute benutzt, auch morgen exakt so wieder vorfindet. Allerdings fehlerbereinigt, aber ansonsten sollte sich dabei nichts tun. Also die Software soll wirklich so funktionieren wie gestern, wie heute und morgen eben auch. Wenn man jetzt allerdings bei irgendwas doch mal eine neuere Version haben möchte, vielleicht weil da tolle neue Funktionen drin sind, die man nutzen möchte, dann kann man natürlich auf Debian Testing oder Unstable wechseln, bekommt dann deutlich neuere Pakete, die allerdings auch wiederum weniger getestet sind. Damit man nicht in die Verlegenheit kommt, sowas ausprobieren zu müssen, gibt es auch noch die Debian Backports. Die nehmen aus Testing und Unstable Pakete und führen die quasi in das stabile Debian zurück. Also so, dass man die Pakete ohne die Distribution zu wechseln einfach verwenden kann. Und über die Debian Backports bekommt man neuere Versionen von ausgesuchter Software. Also nicht alle Pakete, die man aus dem Debian System hier kennt, gibt es auch als Backports, sondern wirklich bloß einzelne wenige. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man mal gucken kann, wenn man wirklich eine neue Version von einer Software braucht, ob die eventuell in diesen Backports drin ist. Die Debian Backports sind allerdings nicht aktiv. Man muss eine neue Paketquellenliste erstellen. Vielleicht mal hier. Also etc-apt-sources-list.de, das ist das Verzeichnis, worin man eigene Paketquellenlisten anlegen kann, beziehungsweise die Dateien natürlich. Und wichtig dabei ist, dass sie die Endung Punkt List haben. Davor kommt irgendwie ein Dateienhaben, den man sich frei auswählen kann. Aber wirklich wichtig ist wirklich bloß diese Endung hier. Der Inhalt für die Backports für Bookform, also das Debian 12, wäre sowas hier. Also die typische Zeile hier, die mit Depp anfängt, dann mit HTTP. Könnt ihr auch ein HTTPS draus machen. Dann welchen Server ihr verwendet. Das Verzeichnis auf dem Server ist ja ein Web-Server. Dann Bookform minus Backports. Und dort wiederum der freie Bereich ist Main. Dann gibt es auch noch Contrib und Non-Free und Non-Free-Firmware. Das kam im letzten Video zu Linux begreifen mit den Paketverwaltungssystemen. Nachdem wir die Datei angelegt haben, aktualisieren wir die Datenbank mit den Paketversionen, die im Internet verfügbar sind, über apt-get-update. Und wenn wir jetzt gucken würden, wie das bei einzelnen Paketen ist, dann würden wir jetzt sehen, dass die Pakete eine Priorität von 100 haben, die aus den Backports kommen. Also, obwohl sie neuer sind in der Versionsnummer, sind sie soweit unter der Standardpriorität von der 500, dass sie niemals installiert würden. Über das apt-get-install-t-bookform-backports sagen wir hier, dass wir wirklich die Pakete aus diesem Zweig haben möchten. Ansonsten wäre halt die Priorität von dem Standardpaket deutlich höher. Also, wenn wir jetzt ein Paket zum Beispiel MC haben, das gibt es in dem normalen Debian Stable drin. Das hat eine Priorität von 500 und das in dem Bookworm Backports hat zwar eine neuere Versionsnummer, ist aber eine Priorität auf 100 runtergeregelt und damit würde es nicht installiert werden. Und indem wir jetzt explizit sagen, das Paket hier, das möchten wir aber wirklich von dort haben, egal was für eine Priorität das überhaupt hat, wird apt das installieren. Ja, und dann gehen wir noch den Paketnamen an. In meinem Beispiel jetzt MC für den Midnight Commander kann aber natürlich auch irgendwas anderes sein. Die Debian Backports sind eine tolle Methode, um einzelne Pakete zu aktualisieren, auf neuen Stand zu bringen. Aber es sind natürlich nicht alle Pakete drin. Von daher spielt ihr vielleicht mit dem Gedanken, naja, in Testing oder Unstable ist doch das Paket in der neuen Versionsnummer drin. Das hätte ich jetzt gerne. Aber andererseits möchte ich mein normales Debian Stable auch nicht komplett umziehen auf Unstable bzw. Testing. Von daher gibt es auch wiederum so eine Art Trick. Man kann jetzt dem Paketmanager, also dem apt, sagen, es gibt eine Standarddistribution. Zum Beispiel hier Bullseye für Debian 11 bei 12 wäre es halt Bookform. Und wir legen hier in dieser Datei einen neuen Parameter fest, indem wir sagen, ja, apt, deine Standarddistribution ist das hier. Damit gruppiert apt die Prioritäten so ein bisschen anders um. Selbst wenn es ein Paket bei Testing oder Unstable gibt mit einer neuen Versionsnummer, würde es das jetzt erstmal so nicht installieren. Bleibt also alles schön bei dem Stable-Bereich, also beim Bullseye in diesem Fall. Und beim Aktualisieren würde es auf dem stabilen Zweig weiterhin bleiben, ohne dass Pakete von Testing und Unstable da reinkommen. Damit wir überhaupt Pakete aus dem Unstable-Zweig reinziehen können, brauchen wir natürlich wieder eine neue Paketquellenliste, die ich jetzt mal sit.list genannt habe. Inhalt wäre das hier, wo jetzt unstable genommen wird der Zweig mit den, ja, mit diesen Unterzweigen, mit diesen Bereichen für freie Software, nicht ganz so frei, gar nicht freie Software und mit der Firmware mit dazu. Dann müssen wir natürlich auch wieder unsere Liste oder diese Informationsdatenbank, wo alle Pakete drinstehen, aktualisieren, damit auch die SID- bzw. Unstable-Pakete drinstehen, damit apt überhaupt weiß, dass es die gibt. Und dann können wir einzelne Pakete installieren, also wie wir es gerade eben auch schon gesehen haben mit den Backports. Bloß, dass wir hier nicht irgendwie was Backports angeben, sondern Unstable, weil wir jetzt hier die Unstable-Pakete freigeschaltet haben. Dann werden natürlich die Abhängigkeiten mitgezogen. Also wenn ich jetzt ein Paket installiere, was neuere Bibliotheken erfordert, als sie auf meinem System schon drauf sind, dann werden die auch mit aktualisiert. Von daher kann sich da eine Menge tun. Das wäre insgesamt eher so eine Sache. Finger von lassen, es sei denn, ihr braucht es wirklich ganz, ganz dringend. Und dann kann man das mal machen, denn das kann so ein Rattenschwanz nach sich ziehen. Das eine Paket installiert man und dann wird die Bibliothek mitgezogen und dann, weil darauf wiederum eine andere Anwendung auf dieser Bibliothek aufbaut, muss die auch aktualisiert werden und so weiter und so fort. Also von daher mit Maßen verwenden und im Zweifelsfall einfach die Finger davon lassen. Manchmal möchte man auch den umgekehrten Weg gehen, indem man jetzt eine Paketversion unbedingt beibehalten möchte, also dass im Falle eines Updates auch dieses Paket genauso installiert bleibt, wie schon drauf ist. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Software genommen habt, die selbst irgendwie gepatcht habt, neu kompiliert habt, im System installiert habt und die hat irgendwelche tollen Funktionen, die es sonst nirgendwo gibt, dann möchtet ihr die wahrscheinlich beibehalten und nicht beim nächsten Aktualisieren vom System durch eine ungepatchte Version ersetzt bekommen. Von daher gibt es das sogenannte Pinning. Da kann man was fest nageln, darum auch dieses wunderbare Bild dort. Damit schließt man bei Aktualisierungen das Paket komplett aus. Also es gibt ja auch keine Sicherheitsaktualisierung mehr dafür. Es ist wirklich fest genagelt in exakt diesem Zustand, den ihr dort habt. Kommt darauf an, was man vorhat. Manchmal eine praktische Sache. Üblicherweise lässt man davon auch die Finger. Damit man jetzt so ein Paket wirklich fest nagelt, nimmt man hier Echo und den Namen des Paketes, vielleicht MC wiederum, und dann Hold für Festhalten. Und das gibt man weiter an dpkg-set-selections. Also normalerweise würde das hier jetzt auf der Kommandozeile auftauchen. Das probieren wir einfach mal. Machen wir einfach mal genau hier. Einmal einfügen. Und wenn ich jetzt hier MC reintue, dann kommt das da raus. Und wenn ich das jetzt setzen wollen würde, dass das nicht mehr aktualisiert würde, dann sieht das halt so aus. Das Ganze muss ich natürlich mit Root-Recht machen, damit das auch wirklich gesetzt wird. Und dann wird in dieser Datenbank hinterlegt, dass das nicht mehr aktualisiert werden soll. Das hier ist jetzt die Variante für ein einzelnes Paket. Wenn ich das jetzt mit mehreren gleich machen möchte, dann mache ich das halt so. Also Paketname 1, Paketname 2, Paketname 3. Und so kann ich eine ganze Liste mit mehreren Paketen angeben, die alle gepinnt fest genagelt werden sollen. Möchte ich das Ganze irgendwann wieder entfernen, weil ich vielleicht meine gepatchte Software in dem Stand da nicht mehr haben möchte, aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich das Pinning auch wiederum entfernen. Das sieht wiederum sehr ähnlich aus. Schlüsselwort ist hier allerdings Install im Gegensatz zu Hold. Und damit werde ich dieses Festhalten auch wiederum los. Mehr dazu gibt es zum Beispiel bei Ubuntu-Users. Guckt da einfach mal rein, da steht noch deutlich mehr, als was ich jetzt so erzählt habe. Das war es auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder so ein bisschen geholfen. Das wäre jetzt so quasi alles, was ich zur APT zeigen wollen würde. Das ist so ein Rundumschlag jetzt in zwei Teilen gewesen, was man da so alles machen kann. Was eventuell ganz gut ist, zu wissen, dass es das überhaupt gibt, zum im Hinterkopf behalten. Bis hin die PKG haben wir im ersten Teil davon gemacht. Und es folgt noch ein weiterer Teil zu Flatpack. Und dann wäre ich mit dem Paketverwaltungssystem erst mal durch. Natürlich macht das Ganze gerne nach. Lasst es bleiben. Probiert damit einfach mal rum. Am besten in der virtuellen Maschine. Da könnt ihr nicht so viel kaputt machen. Und ansonsten natürlich gerne abonnieren, Glocke drücken. Und bis dann. Und tschüss.